Wer auf den Parkplatz der Consim Optimalkauf EG in der Mitte von Barleben kommt, sollte einen Moment auf die Blütenpracht der Rosenstöcke verwenden. Denn wie sie es auch machen, die kundigen Hände, die die Gemeinde mit der Pflege beauftragt, die Rosen sind einfach prächtig und verströmen einen süßen Duft. Die Edelstahlkonstruktion, die im Groben die Hausgiebel der einstigen Bebauung hier am breiten Weg als Grundform aufnimmt, bietet den Pflanzen guten Halt und so kann man sich sicher noch lange an den großen und kleinen Blüten freuen, genauso wie das schon der persische Dichter Muhammed Scherms al-Hafis, der vor gut 700 Jahren diese Worte fand. Rose aus dem Nichts Jetzt, da die Rosen aus dem Nichts ins Dasein tritt zum Schmuck der Auen, in Demut kaum das Pfeilchen wagt, zur herrlichen Empor zu schauen. Sollst du am Morgen Wein dich freuen, bei Paukenschall und Harfenklang, beim Flötenhauch und Feuerkuss an junger Schönheit dich erbauen. Genießt es Lebensrosenzeit, bei Spiel und Sang im Glück der Liebe, nicht über eine Woche frisst, kannst du der herrlichen Vertrauen. Von Blumen glänzt die Erde nun gleich, wie der Himmel glänzt von Sternen, drum kann ich gute Zeit nur auf Erden wie am Himmel schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017